4Synergy ist eine erfahrene IT-Firma mit jung und jung gebliebenen IT-Profis. Wir sind uns gewöhnt, innovative Lösungen zu entwerfen und umzusetzen. Wir sind hier beim Rettungsdienst Intermedic, ein Kunde von uns, zusammen mit Markus Hülsebeck, der verantwortlich ist für die Informatik und er hat uns folgende Aufgabe gestellt. Seit Jahren sind wir am Expandieren. Wir verdoppeln jetzt Geschäftsräume, die gesamte Einsatzzentrale erneuern und in diesem Zusammenhang haben wir mit der 4Synergy einen guten Partner gefunden, und um das zu koordinieren. Die grösste Herausforderung ist der Umzug, denn wir müssen 7 Tage 24 Stunden einsatzbereit sein und darum müssen wir den Umzug genau koordinieren und auf einen Schichtwechsel legen. Das war eine interessante Aufgabe für uns, wie wir sie schätzen. Unter anderem haben diese Aufgabe beinhaltet das IT-Rollout, also das Ersetzen von sämtlichen Arbeitsplätzen, dann die Verschmelzung der Telefonie und der IT, dann die Sicherheit, also Firewall, externe Zugriffe etc. Was auch sehr interessant war, ist, dass die Zentralen aufgebaut und abgesichert sind mit der Stromversorgung. Was auch dazukommen ist, sind die Minimierung der Kosten. Wir haben hier spezielle Komponenten eingesetzt, die wenig Strom verbrauchen und so die laufenden Kosten auch weiter senken können. Die Migration muss während eines Schichtwechsels stattfinden. Das heisst, die Altzentrale musste weiterlaufen, bis zu dem Moment, wo auch die Neuzentrale in Betrieb genommen wird. Intermedic hat uns noch eine weitere spannende Aufgabe zugeteilt. Was wäre das gewesen? Intermedic betreut unter allem grosse Veranstaltungen sanitätsdienstlich. Und dann ist es wichtig für den Einsatzleiter, dass er jederzeit Auskunft geben kann, wo sich Patienten im Moment befinden. Für das hat er vor Synergy ein System entwickelt auf PC-Basis. Und eine von diesen grossen Veranstaltungen ist zum Beispiel das Madonna-Konzert auf dem Flugplatz Düberdorf gewesen.